Deine, hier, dein Charakter, den sehe ich jetzt schon, den du spielen willst. Was? Das ist das komische Katzenkrieg. Das auch. Guckst du mir erst aufs Video an. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Melvin, du kannst es dir aussuchen, entweder du bist dieser komische Push oder du bist dieses grüne, komische Vieh, was den Wasser heruntergeschmissen wird. Nein. Aber die Banane ist auf jeden Fall nicht. Du wurdest uns wärmstens empfohlen. Das ist dein Versteck. Kauf dir den Battle Pass, um dieses Agententeam anzuheuern. Muskelkater. Ein Feliner Vollstrecker, der gerne Krallen ausfährt. Midas. Ein Genie mit einem goldenen Händchen. Maja, eine Spezialistin, die sich dir auf einzigartiger Weise anpasst. Und mehr. Im Laufe der Saison schließt du Missionen ab, um eine zusätzliche Variante deiner Battle Pass-Agenten freizuschalten. Ghost oder Shadow, wähle mit Bedacht. Außerdem wirst du auf Missionen geschickt, die das Schicksal der Insel für immer. Deine Zukunft beginnt mit dem Kauf des Battle Pass. Erhalte dein Agententeam 1500 V-Bucks und brandneue Gegenstände. Die Zukunft liegt in deinen Händen. Du triffst sicherlich die richtigen Entscheidungen. Viel Glück. Und Deadpool natürlich. Okay. Battle Pass kaufen. Battle Pass freigeschalten. Zwei Skins habe ich bekommen. Jetzt muss ich erstmal ganz kurz in die Einstellung gehen. Sound. Ist alles noch so wie vorher, okay. Demnächst Upgrade Tresor. Die haben das ganz schön verändert hier alles. Ja, ja. Äh. Wo finde ich meine anderen Skins? Im Spend. Was meinst du? Hä, ich war jetzt oben im Upgrade Tresor, da konnte ich bloß die in der Tonne angucken. Ja, du musst zurück. Äh. Äh. Ja, da kannst du. Diesen Skin kannst du wirklich kombinieren mit anderen Sachen. Ah, okay. Tresoren, Caduce, Ärmel, Schuhe. Ach cool. Brief an Epic. Dein bester Freund Wade. Okay. Computer. Benutzernamen Wade. Passwort. Penis. Findet Deadpools Brief in Epic Games. Hab dich. Danke dem Busfahrer. Nicht. Okay. Leute, die haben das ja komplett neu gemacht. Mhm. Battle Pass. Wo sind denn aber meine ganzen anderen Level hin? Wie meinst du? Na, ich war doch über 300 Dingsbums. Das kannst du auf Karriere sehen, also Konto Level. Wow. Ja, Konto Level eben, ne? Ich muss mich hier erstmal ganz kurz reinfuchsen. Ja. Ist das schon wieder ein Video? Achso, du bist bei Agenten wahrscheinlich ein Video. Ja. Ja. Ich glaube die Aufnahme besteht nur darin Videos zu gucken. Ja klar. Machen die anderen YouTuber doch auch nicht anders. Brutus. Ansehen, Ansehen. Brutus Ghost. Oh, der Shadow Brutus gefällt mir. Den will ich haben. Jaja, du kannst alle irgendwie so anpassen, Ghost oder Shadow. Aber das muss man halt erst, muss man aber halt erst freispielen, denke ich mal. Aber man kann sich nur für eine Seite entscheiden, ne? Echt? Man kann sich für jeden Skin einmal entscheiden. Ah, okay. Deswegen muss ich gedacht werden. Ja. 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 verfügbar in Woche 6. Oh, du Scheiße. Man kann erst Frisur Herausforderungen abschließen und Tattoos. Dann nehme ich mir natürlich einen anderen Skin. Ey, sieben Minuten schon. Ich habe noch nicht einen Schuss abgefeuert. Oh, geil. Ähm. Äh. Äh. Wen spiele ich denn jetzt? Ja, keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall die Banane. Äh. Gibt es einen Affen, den ich spielen kann? Der frisst Bananen. Nein. Ich bleib bei dem hier. Ich bleib bei diesem. Aber. Melvin. Du bist eine Acht. Ich auch warnen. So, na dann. Lass mal eine Runde zocken. Auf. ins Geschirr warst. Durch Suche Truhen in der Korte Füge Handlungen Handlangern schaden zu öffnen. Türen, die mit einem Sicherheitsscanner Okay. XP Missile. Medaillenstempelkarte habe ich voll. Okay. Da waren überall schon Medaillen drin. Aber wir landen nicht in der Mitte. Warum? Ja, es ist zu gefährlich. Ist doch schön. Du willst wirklich in die Mitte? Ich muss es mir erst mal angucken. Alles. Ist ja meine erste Runde. Ja, ja. Oh, ich sehe gerade eine Facecam. Ich muss mich wieder rasieren. Ich willst mit Facecam. Ja, die eh eine Runde jetzt. So, so. Ja, Bildqualität ist scheiße, weil ich habe die Jalousien unten. Es wird langsam dunkel draußen. Hm. Guck mal. Meine Freunde. So, okay. Ich darf dem Busfahrer nicht danken. Nee, darfst du nicht. Oh, da hinten muss ich hin. Das da, da und da ist nicht aufgedeckt. Und da. Okay. Wir fliegen mal dort hin, würde ich sagen. Zum Schiff. Das sieht man schon aus. Das ist so. Oh, ja. Ja. Lande bei Lockies Leuchtturm, Apreski und Mountain Cay. Eliminiere Gegner, während du insgesamt 100 oder mehr Konditionen und Schild hast. Hm. Ach ja, das ist die Yacht. Hm. Oh, da müssen wir aber auch aufpassen, ne? Warum? Sind da Bots? Ja. Cool. Handelanger Bots und wahrscheinlich, äh. Hier diese Bewegungssensoren. Cool. Das hat alles so wirklich, äh. Agent mäßig aufgebaut. Aber die Yacht kommt richtig COD gleich. Ja. Die hat mich aber auch daran erinnert. Hier vorne ist ne Waffe. Und ich bin im Wasser. Aufpassen. Ja, ich muss erst einmal, äh, ich komm nicht mal an Bord. Ja, ja. Gibt's irgendwo ne Leiter? Ich weiß es nicht. Alter, ich bin schon gleich doof. Warum bist du... Wir bauen uns ins Schiff. Ach stimmt, das geht ja. Oh, ja. Oh, ja. Hier ist niemand. Du kannst auch in Lüftungsschächte. Weil ich mir so gesagt hab. Damit die dich nicht sehen. Ja, ich muss jetzt erst einmal hier klarkommen. Höh. Ich brauch erst so meine Waffe. Ich auch. Ernsthaft. Der hat ein Maschinengewehr. Äh, hier Minigun meine ich. Pass auf. Ja. Alter. Wo hast du nicht reingebaut hier? Hier, äh. Ich bin durch den Lüftungsschacht gegangen. Ja. Ja. Und dann durch den Lüftungsschacht. Oder so. Oh, Mist. Oh, guck mal was für dich. Könntest du gerne haben. Hahaha. Mach doch die Tür zu. Okay, da ist irgendwie so ein Sensor. Und hier gibt es immer so welche Spezial-Sachen. Also legendäre. Okay. Ja, ich muss erst einmal... Äh, wie war nochmal? Inventar... Hier. Warte, wenn ich fast sie kaputt mache. Oh. Okay. Was ist hier, Mensch? Ja. Mist. Du musst Munitionskisten öffnen. Hm. Also wenn du welche findest... Geht nicht. So ne Kacke. So ne Kacke. Mach mal was anders. Hast du dich da durchgebaut? Ja. Oh Mist. Zona. Okay. Und dann hab ich. ok und jetzt schnell runter weil die zone ich glaube nicht dass wir schaffen oder glaube ich auch nicht diese stützpunkte sind halt echt gefährlich ja aber es war halt mal ein besuch wert für mich ja ich hab halt wieder mit krassen lecks zu kämpfen grad ärgert mich ein bisschen kann es auch wegen der webcam liegen oder legt generell das liegt am spiel also geschenk nee das ist glaube ich kein geschenk schade es gibt doch stinkbomben wieder wie ich sehe ja es gibt auch botbomben also im spiel ja hat daco mir gestern oder heute gesagt ok kann es auch eine botbombe gewesen sein gut den restlichen schneideradatsch brauche ich nicht ja level 2 level 3 eliminiere spieler während du insgesamt 100 oder mehr kondition und schild hast als spieler kondition war lebensanzeige wo bist du warum bleibst du stehen ne ich bleib nicht stehen ich loote nur kurz ich habe gerade welche getötet ich hab ja gerade welche getötelt achso ja ich hab zwei akars zwei blaue melvin zone ja die hängt mir am arsch da püppelt ihn auch dort und dahinten wird auch gebaut ich hab das gefühl der skin ist echt träge ich hab nicht das ich schaffe kommen wir streng nicht an ja muss mich tragen aber ich versuche zu krabbeln ich hab schon eins von fünf eliminiert läuft so halb kriegst du hier erst einmal das da ich hab einen schuss auf der anderen seite egal gehen wir erst mal zurück zur lobby würde ich sagen ja herausforderung 1 von 5 20 minuten aufnahme läuft nicht Untertitelung. BR 2018